In diesem Video möchte ich mit euch den Funkschalter von Coolmeter installieren, einrichten und in Betrieb nehmen. Mein Name ist Marc Molter und willkommen zu meinem neuen Video. Bevor wir jetzt natürlich zur Installation so eines Funkschalters kommen, noch ein wichtiger Hinweis. Elektroarbeiten sollten generell nur von einem Fachmann ausgeführt werden. Laien haben an einem Elektroanschluss nichts verloren. Bevor wir mit den Arbeiten beginnen, schauen wir uns nochmal unser zu installierendes Gerät an. Hier habe ich den Empfänger. Hier schauen wir auf die Rückseite des Empfängers und hier sehen wir einige für uns sehr wichtige Daten und zwar die maximale Schaltlast. Die maximale Schaltlast beträgt hier 5 Ampere. Das heißt, wir können maximal eine LED oder eine Lampe bis 600 Watt mit diesem Modul schalten. Hat eure Lampe eine höhere Leistungsaufnahme, müsst ihr hier eventuell einen Schutz dazwischen bauen. Aber das hier dürfte für die meisten Systeme ausreichend sein. Ich habe mir hier eine Lampe ausgesucht. Das Schöne hierbei, in meiner Lampe ist genug Platz für den Funkempfänger. Das heißt, ich kann ihn hier einfach anbringen oder in meinem Fall mit doppelseitigem Klebeband einkleben. Wichtig allerdings, bevor wir jetzt hier mit den Installationsarbeiten beginnen, schaut bitte zu, dass der Strom hier ordnungsgemäß abgeschaltet ist. Das heißt, euer LS ausgeschaltet ist und prüft bitte auch, dass hier wirklich kein Strom auf keiner Ader mehr fließt. Nun kommen wir zum elektrischen Anschluss. Unser Empfänger hat einen Eingang und einen Ausgang. Hierbei ist es wichtig, dass wir N und L wenn möglich nicht verpolen. Wir sehen unseren Eingang, der ist mit in markiert und unseren Ausgang, der ist mit out markiert. Beginnen wir mit unserem Ausgang. Das heißt, an dem Ausgang schließen wir unsere Lampe an. Wir nehmen hier eine Ader, stecken diese in den Output L und bei der Lampe in den Input L. Als nächstes nehmen wir eine weitere Ader und verbinden den Output N mit den Input N der Lampe. Dann kommen wir noch zu unserem PE. Der PE, euer Schutzleiter, sollte auf jeden Fall weiterhin mit der Lampe verbunden sein. Das heißt, dieses grün-gelbe Kabel, was sich sowieso an der Lampe befindet, lasst ihr bitte an der Lampe und verbindet diesen Anschluss bitte direkt mit dem Erdanschluss des kommenden Kabels. Nun kommen wir noch zu unserem Eingang. Hier verbinden wir L mit dem Leitenden. Meistens ist das Kabel braun oder schwarz und N mit dem Neutralleiter. Meistens ist dieses Kabel blau. Haben wir nun unseren Empfänger installiert, kommen wir zu unserem Sender. Wir haben hier einen einfachen Taster als Sender. Besonderheit bei diesem Taster. Dieser Taster ist batterielos. Das heißt, wenn wir ihn betätigen, erzeugt er den Strom selber, den ihr benötigt, um mit unserem Empfänger zu kommunizieren. Jetzt verbinden wir den Empfänger mit unserem Taster. Das machen wir folgendermaßen. Wir betätigen auf den Empfänger hier oben die Taste für circa drei Sekunden. Haben wir dieses getan, gehen wir nun zu unserem Taster und betätigen einmal den Taster. Nun hat unser Empfänger das Signal entfangen und wenn wir jetzt unseren Taster betätigen, schalten wir unser Licht ein und aus. Mit dieser Methode können wir nun an unserem Empfänger bis zu zehn Taster installieren und somit mit zehn verschiedenen Tastern unser Licht ein- und ausschalten. Des Weiteren ist es auch möglich, an einen Taster weitere Empfänger anzumelden oder umgekehrt. Das hat den Vorteil, dass wenn ich einen Taster drücke, mehrere Lichter angehen. Um nun wieder einen Taster zu löschen, müssen wir folgendermaßen vorgehen. Wir gehen zu unserem Empfänger und drücken hier oben die Taste für circa zehn Sekunden. Nach circa zehn Sekunden ist die komplette Programmierung in unserem Empfänger gelöscht, was allerdings auch bedeutet, sämtliche in dem Empfänger gespeicherte Taster sind gelöscht. Das heißt, nun müssen wir die Taster, die wir behalten wollen, wieder neu einlernen und somit ist das System wieder einsatzbereit. Ein Löschen einzelner Taster ist so leider nicht möglich. Nun können wir noch unseren Schalter an einer x-beliebigen Stelle anbringen. Dieser lässt sich entweder anschrauben oder einfach ankleben mit einem doppelseitigen Klebeband. So, damit komme ich dann auch schon zum Ende meines Videos. Noch ein wichtiger Hinweis, dieses System wurde mir vom Hersteller netterweise zur Verfügung gestellt, damit ich euch den Aufbau und die Installation zeigen kann. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren ist natürlich auf YouTube kostenlos. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr meine Webseite besucht, findet ihr dort meine anderen Kanäle. Dort erscheinen auch regelmäßig sehr interessante Videos. Besucht sie einfach und abonniert eventuell auch diese Kanäle. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.